Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zum neuen Video, zum Ersehnten-Cue-Update. Und ja, ich musste tatsächlich erstmal überlegen, wie ich das Ganze angehe, wo ich anfange und ich habe eigentlich so viel zu erzählen und euch so viel zu zeigen. Also ich sage euch jetzt schon mal, das wird ein ziemliches Labervideo. Ich werde euch ganz, ganz viel erzählen. Ich werde euch aber auch viele bewegte Bilder zeigen. Eben Szenen, die uns ja im letzten halben Jahr, dreiviertel Jahr begleitet haben, die irgendwie meinen Reitweg auch mit aufzeigen, auf die ich vielleicht auch nicht wirklich unbedingt stolz bin, die mir im Nachgang betrachtet manchmal auch ein bisschen peinlich sind. Aber ich habe sehr offen damit immer, zumindest auch auf Instagram und so kommuniziert. Ich hatte ein sehr, sehr großes Problem. Aber ja, bevor wir starten, wir müssen jetzt erstmal ganz, ganz weit, naja, ganz, ganz weit ist es nicht, weit zurückgehen. Denn wir springen mal ein komplettes Jahr zurück. Zu Beginn von dem Jahr 2020 hatte sich Q ja einen gelben Schein abgeholt, die Zerrung am Fesselträger Ursprung. Im Zweifel blende ich euch hier oben mal das Video ein, falls es euch interessiert, wie wir da drauf gekommen sind und wie das alles gelaufen ist. Und ja, und das dauerte natürlich, mal abgesehen von der Schrittphase, auch die Aufbaufase. Ja, wir hatten einen sehr krassen Trainings-, also Aufbauplan, Bewegungsplan, wirklich die erste Minute, eine Minute Trab auf jeder Hand außen rum. Die zweite Woche dann zwei Minuten Trab aufgeteilt, also nicht am Stück, sondern zweimal eine Minute Trab auf jeder Hand und so weiter und so fort. Also das zog sich echt dann nochmal über knapp drei Monate, bis wir in dieser kompletten Vollbelastung wieder angekommen sind. Jetzt müssen wir da nochmal ein Stück weiter zurückspringen, nämlich bevor dieses Ganze kam, was da gewesen ist, damit man das einfach so ein bisschen versteht, damit man so ein bisschen auch meine Perspektive versteht. Das ist übertrieben gesagt, aber damit ihr euch so ein bisschen hineinversetzen könnt. September 2019 war die Zeit, wo ich auch das erste Mal mit Q ein Turnier probiert habe, was ja ein bisschen in die Hose gegangen ist von meiner Seite aus. Ja, und das war ja gerade so unsere erste Findungsphase, die wir zwei hatten, die mal gut gelaufen ist, aber auch nicht immer so gut. Also ich habe schon gemerkt, dass ich echt viel lernen muss noch für dieses Pferd, weil er halt einfach für mich komplett anders zu reiten ist. Ein Pferd, was ich so noch nie geritten habe und ich bin ja halt nur Amateur. Das heißt, ich habe meine Ruby immer geritten und mal ab und zu mal ein anderes Pferd, aber es ist jetzt nicht so, dass ich einfach sage, ja, für mich ist das kein Problem für einen Profi, der setzt sich aufs Pferd drauf, der fühlt mal 30 Sekunden und weiß, was er zu tun hat. Ja, also das war diese Findungsphase, die wir hatten, wo es einfach auch schon in unserer Kommunikation ein bisschen Probleme gab. Und dann habe ich mir ja im September 2019 die Hand gebrochen. Passt übrigens sehr gut, dass ich das gerade hier mache, weil ihr seht, hier sind schon wieder Pflaster drauf und sowas. Ich habe nämlich letzte Woche das Metall entfernt bekommen nach gut anderthalb Jahren. Deshalb bin ich gerade auch mal wieder zwei Wochen out of order, aber ja, besser als das wie letztes Jahr für anderthalb Jahren war, weil durch diesen Handbruch, der ja auch sehr kompliziert war, war ja erst mal sechs Wochen überhaupt keine Belastung. Dann war das alles nicht so einfach mit der Wiederbelastung, mit dem Gefühl in der Hand und, und, und. Und ich hatte mir ein Ziel gesetzt, nämlich, dass ich im Dezember, also an Weihnachten 2019 wieder auf meinem Pferd sitzen möchte. Dann kam aber das Problem, dass er einfach drei Tage, vier Tage, fünf Tage vorher, ich weiß es nicht mehr ganz genau, lahm ging. Und dann kam Qs Verletzung und ergo ist über zehn Monate wirklich ins Land gegangen, bis ich das erste Mal wieder wirklich richtig drauf gesessen habe. Ich komme jetzt hier an einen Punkt, wo ich sehr lange gebraucht habe, um darüber auch öffentlich zu sprechen. tatsächlich in dem Moment, wo ich das das erste Mal wirklich getan habe, das war im Oktober letzten Jahres, glaube ich, September, Oktober letzten Jahres, über diese, diese Gefühle, die ich hatte. Da ging es mir dann, fing es an, besser zu werden, weil ich einfach so viel Zuspruch aus meiner Community bekommen habe, die mich, dass mich so bewegt hat und dass ich nicht alleine bin mit meinen Problemen. Und das, was eigentlich sehr schön ist, wenn darüber jemand mal spricht, ja. In der Zeit, wo Q nur Schritt gegangen ist, hatte ich jetzt natürlich echt so einen inneren Issues, dass ich sage, puh, der war ja da gerade fünf geworden. Es war Winter, der durfte nur 20 Minuten Schritt am Tag gehen, der durfte nicht raus, also nicht auf dem Paddock nichts. War jetzt nicht so unbedingt das Ziel, wo ich gedacht habe, da muss ich mich jetzt als erstes mit einer Hand, die immer noch nicht hundertprozentig funktioniert hat, auf mein Pferd wieder setzen, also das war so, ja, innerlich, wo ich dachte, weiß ich nicht. Obwohl er wirklich, und ich schwöre es euch, so brav war in dieser ganzen Zeit, er war wirklich so brav. Ich glaube, er hat in diesem, am Ende war es ja wirklich ein halbes Jahr locker, was er gebraucht hat, nicht, also ich glaube, zweimal hat er einen falschen Schritt gemacht. Aber nicht mal so, dass man sagte, so, jo, ja, also habe ich das so vor mich hergeschoben. Ich habe tatsächlich trotzdem auch in der Zeit mal drauf gesessen und habe mich Schritt führen lassen, bin ich ganz ehrlich. Also ich wurde an die Longe genommen, weil das für mich einfach ein Gefühl von Sicherheit einfach gab, weil ich dachte, wenn was passiert, und das ist, man muss sich ja so vorstellen, das ist ja jetzt nicht einfach, dass der nur Schritt gegangen ist, sondern er durfte eigentlich auch keinen Sprung zur Seite machen. Und beim Profi ist das halt einfach so, der merkt ja von oben schon, wenn sich irgendwo der kleinste Muskel anspannt und wenn man denkt so, oh, jetzt könnte es gleich gefährlich werden. Ich bin halt so ein Depp, ich merke das halt erst, wenn es passiert. Ja, also weil ich einfach für dieses Pferd noch nicht so dieses Gefühl hatte zu der Zeit, dass ich das realisiere, hier passiert gleich was oder hier passiert gleich nichts, beziehungsweise hier muss ich jetzt gleich eingreifen und nicht. Und da ich halt einfach auch mich super unsicher gefühlt habe und ich dachte, wenn ich mich jetzt unsicher auf das Pferd setze, was nichts machen darf und keinen falschen Schritt machen darf und dann einfach so durch die Gegend versucht zu reiten, das funktioniert nicht, also lasse ich mich einfach lieber führen, weil dann habe ich das Gefühl, von unten habe ich jemanden an der Hand, der verhindert das einfach, nur falls der losschießen kann, ins was weiß ich wohin und habe für mich einfach ein bisschen die Sicherheit. Als Q wieder angetrabt werden durfte, am zweiten Tag von dem Aufbauplan, das heißt, wo wir eine Minute rechts rum und eine Minute links rum traben durften, hatte ich auf einmal das Gefühl, dass ich dachte, ich muss da jetzt einmal drauf. Der Foko hat den geritten und hat ihn quasi vorher die eine Minute auf der einen Hand getrabt und ich habe gesagt, ich möchte unbedingt die Minute auf der anderen Hand traben. Und das war für mich irgendwie vom Gefühl her, dass es sich richtig angefühlt hat und es ist auch alles gut gegangen und ich war halt super vorsichtig, habe gedacht, bloß nichts machen, aber der Q war ganz brav, hat einfach mit dem Kopf geschüttelt, aber all easy, also das war echt super. Dennoch hat das natürlich nicht viel schon mit Reiten zu tun gehabt, sondern es war ja einfach eine Minute, das heißt, es waren zwei Runden auf einer Hand außenrum traben in einer 40er-Halle. Aber wir haben es gemacht. Curie durfte dann einfach immer natürlich, wie gesagt, nach dem Bewegungsplan immer ein bisschen mehr machen und ich bin immer wieder auch einmal drauf und ja, in der Regel aber halt, was heißt in der Regel, es war am Anfang so, dass halt immer vorher einer geritten ist und ich da mich mit draufgesetzt habe zum Schluss und dann nochmal ein bisschen Schritt geritten bin. Warum? Ich kann es bis heute nicht sagen, woher es kam. Ich denke, das liegt schon irgendwie alles sehr weit zurück, wenn ich es jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lassen über die letzten Jahre, dass ich von Anfang an schon immer so ein bisschen ein Issues hatte, was dieses Thema junges Pferd angeht. Ich meine, Q ist mein erstes junges Pferd und als ich, ich weiß noch, dass ich, wo ich die ersten Male drauf gesessen habe, auch die Kim und sowas und der Foko immer gesagt habe, reiht ihn doch einfach wie ein normales Pferd. Und ich hatte in meinem Kopf immer, immer irgendwo diesen Gedanken verankert, das ist ein junges Pferd, wenn du jetzt was falsch machst, dann kann das richtig in die Hose gehen. Dann rennt er dir los, dann bockt er, dann fällst du runter, du brichst dir noch irgendwas, dann ist das Pferd irgendwo weg oder was weiß ich was. Und ich habe das zwar immer über die Jahre versucht zu verdrängen, aber ich glaube, dass das dich irgendwo bei mir festgesetzt hat. Und das hat dazu geführt, dass innerlich bei mir sich so ein, ein, ja nicht Druck, aber so ein ganz beschissenes Gefühl aufgebaut hat, was mich selbst blockiert hat. Keine reine Angst, also es ist ja nicht so, dass ich vor meinem Pferd Angst habe. Also ich tüdel den und was weiß ich was und mach den total, mach total gern und viel mit dem. Auch wenn er jetzt nicht der Typ ist, mit dem ich jetzt irgendwie locker easy im Gelände spazieren gehe, weil er einfach beim Führen einfach ein Büffel ist, das war er schon immer und das wird er auch immer sein. Aber mir ist ja auch beim Reiten noch nie was passiert mit diesem Pferd. Also der macht mal in den ganzen Jahren, drei Jahren, die ja jetzt, die ich da irgendwie mal drauf rumreite, hat er zweimal einen Sprung zur Seite gemacht und das war's. Und mir ist nie was passiert, der ist nie durchgestartet mit mir, der hat noch nie gebockt unterm Reiter, nichts. Ich bin ja auch immer dabei, wenn die anderen reiten, zu 99 Prozent, wenn ich nicht gerade irgendwo im Urlaub stecke oder einfach mal einen Tag nicht im Stall bin. Und ich habe ja auch immer gesehen, dass dieses Pferd nie böswillig zu seinem Reiter irgendwie ist. Und dennoch habe ich ein so beklemmendes Gefühl gehabt, wenn ich mich draufgesetzt habe. Ich bin mit Bauchschmerzen aufs Pferd gestiegen, weil ich dachte, es könnte irgendwie etwas passieren. Und ich weiß nicht, wie sich das so entwickelt hat, warum das gekommen ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir dann gedacht, ich muss jetzt irgendwie mir ein Konzept erarbeiten. Wie kriege ich das irgendwie in den Griff? Und es ist ja am Ende so, Reiten lernt man nur durch Reiten. Und ja, ich habe mir Q am Anfang abreiten lassen und bin dann erst mal die letzten zehn Minuten drauf. Dann bin ich irgendwann mal die letzte Viertelstunde drauf. Dann hat die Kim zum Beispiel irgendwann mal gesagt, nachdem sie dann fünf Minuten abgeritten ist, Chrissy, hock dich bitte drauf, der ist doch so brav, der macht doch nichts. Was soll ich denn da großartig abreiten? Aber es war echt für mich, ich musste es einfach vorher einmal sehen, dass das Pferd brav ist. Und dann konnte ich mich draufsetzen. Das sind die einen Sachen, bis ich draufgesessen habe. Aber ich habe mir selbst beim Reiten unheimlich im Weg gestanden. Und das, oh, ich könnte schon wieder heulen, ärgert mich bis heute so, weil ich meinem Pferd nicht gerecht geworden bin dadurch. Und ich könnte heulen vor Wut, vor Zorn auf mich selbst. Mein Anspruch an mich selbst ist, dass ich im Rahmen der Möglichkeiten eine gute Reiterin für meine Pferde bin. Ja. Und das war halt echt das Problem, weil ich habe echt, boah, ey, ich könnte heute nicht, wenn ich, also vor einem halben Jahr mich sehe, mich schütteln, mich würgen, mich was weiß ich was. Mein intensives Bootcamp ist dann quasi eigentlich im August 2020 angelaufen, wo ich gesagt habe, alles klar, ich nehme mir jetzt Unterricht. Ich reite so viel, wie es halt geht, dass das Pferd auch nicht überfordert ist. Wobei ich, bei mir hat er ja nicht viel geschafft, weil ich habe mich ja nichts getraut, so ungefähr. Und jetzt, ich weiß, dass das für Kim, für Marc hat mich damals unterrichtet auch, also ihr Freund, der Foko und echt nicht immer einfach war mit mir, weil ich einfach, ich glaube, sie hätten mich am liebsten einfach nur angeschrien, geschüttelt und gesagt, reiht doch einfach. Ja, dass das, ja, viel Geduld gebraucht hat mit mir. Und ich bin ihnen so dankbar, dass sie das einfach so durchgezogen haben und mir einfach diese Zeit gegeben haben, die ich brauchte. Mit dem Trap, da hatte ich nie so Riesen-Issues. Ich muss sagen, der Trap, das war eigentlich immer so, wo ich immer gedacht habe, das kriege ich hin. Ähm, der Galopp. Es war einfach ultra krass, der Galopp. Und je mehr ich mir Gedanken gemacht habe, je mehr ich überlegt habe, was mache ich da oben drauf falsch, warum funktioniert das nicht, umso schlimmer wurde das einfach alles, weil ich einfach mehr angespannt war, mich immer mehr festgehalten habe, überhaupt nicht mehr zum Loslassen kam und Q es halt auch irgendwann gezeigt hat, völlig zu Recht. Dieses Pferd hatte so Recht, mir zu sagen, es geht nicht mehr, was du da oben drauf tust. Es funktioniert nicht mehr. Ihr seht jetzt hier auch so Bilder und sowas. Das ist wirklich jetzt so August, September, Oktober. Meine schlimmste Phase, bin ich ganz ehrlich. Das war absolut meine schlimmste Phase. Wenn mir jemand gesagt hat, du gehst jetzt auf den Zirkel und du galoppierst an, habe ich gesagt, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Dann du musst, Chrissy, du musst jetzt einfach mal galoppieren. Tu es doch einfach, er tut doch nichts und sowas. Und dann bin ich angeloppiert und ich habe die Luft angehalten. Ich habe mich festgehalten. Ich habe, ich weiß nicht, was da oben drauf gemacht. Und dann war ich irgendwann so happy, dass ich dachte, hey, ich habe eine runde Galopp geschafft auf dem Zirkel. Hey, ich habe mal drei Meter geradeaus geschafft, weil solange ich, wenn ich länger geradeaus gelaufen bin, ist er mir ausgefallen, weil ich habe ja obendrauf auch nichts mehr gemacht. Ich habe ja nur noch so auf dem Pferd gesessen. Ich habe ja also mich nicht mehr versucht zu rühren und der Q wusste überhaupt nicht mehr, was er mit mir anfangen soll. Der hat mich überhaupt nicht mehr verstanden. Ja, und ich habe in der Zeit einfach auch viel filmen lassen, weil ich mir das halt angucken musste. Ich musste mir selbst vor Augen führen, was ich da für ein Bullshit mache. Und das Pferd, ja, er lief bei mir viel zu eng, ich weiß. Er lief auf der Vorhand, ich weiß. Das brauchte mir alles nicht zu erzählen, aber das war absolut nicht die Problematik, die ich in dem Moment hatte, sondern dass ich einfach mal wieder entspannt zum Reiten kommen kann. Ich habe mich auch nicht getraut, auf dem Platz zu reiten. Alle haben ihn draußen auf dem Platz geritten. Ich bin in meiner Halle geguckt. Wenn ich auf dem Platz war, dann war das noch schlimmer. Da war auch im Trab schon alles vorbei, weil ich dann alles außenrum beobachtet habe. Ich habe angefangen, mir Ausreden zu suchen. Oh, das windet heute aber ganz schön draußen. Ich glaube, wir machen was anderes. Ah, guck mal, der ist beim Putzen schon so aufgeregt. Der kratzt schon so viel. Ich weiß nicht, ob ich reiten soll heute. Ah, guck mal, da hinten, da bockt einer auf der Koppel rum. Ich glaube, ich kann nicht auf dem Platz reiten, wenn der sich erschrickt. Mein Pferd hat sich immer gedacht, was hat sie denn da oben drauf? Warum vertraut sie mir denn nicht? Und das war einfach das Thema. Ich habe einfach kein Vertrauen in meine eigene Reiterei gehabt. Ich habe immer nur gedacht, ich tue dem Pferd das Schlimmste an, was er gerade so ungefähr erleben kann. Ich bin eine absolut verdammt schlechte Reiterin für ihn. Ja, und als ich dann irgendwie gemerkt habe, ich suche mir jetzt tatsächlich auch noch Ausreden, damit ich nicht reiten muss, das war, glaube ich, so der Moment, wo ich das erste Mal auf Social Media drüber gesprochen habe. Und irgendeiner sagte mal zu mir, du musst deinem inneren Gefühl, deinem inneren Schweinehund, einen Narben geben. Ja, und das habe ich getan. Ich habe ihn Günther genannt, auch auf Vorschläge hin tatsächlich. Also jemand hat gesagt, nenn ihn doch einfach Günther und ich habe ihn Günther genannt. Und auf einmal hatte dieses Teil für mich, dieses Gefühl, einen Namen. Ich nenne es offiziell immer meinen inneren Schweinehund, aber ein innerer Schweinehund ist ja ein bisschen was anderes. Ein innerer Schweinehund ist einfach, wenn du faul auf der Couch liegst und keinen Bock hast, aufzustehen. Das ist einfach, weil du faul bist und nicht, weil du innerlich Probleme hast mit deinen Gefühlen, mit deinen Emotionen oder sonstiges. Dennoch, also ja, ich habe dieses Gefühl, diese Emotionen, diesen ganzen Trouble Günther genannt. Und ihr glaubt nicht, wie oft ich zu Hause gesessen habe und wegen Günther geheult habe. Weil ich einfach dachte, ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich mich selbst nicht mehr verstehe, wo ich selbst sehe, dass das gerade nicht mehr funktioniert und alle anderen versuchen mir irgendwie zu helfen. Und ich habe gedacht, wir müssen einen Reset machen. Wir müssen einen Reset, ich muss einen Reset machen für mich. Und ich muss Günther in den Griff bekommen. Das heißt, es hört sich so lächerlich an. Wenn ich beim Fertigmachen war und der Q zum Beispiel ein bisschen aufgekratzt war, dann habe ich mir echt gesagt, nein, Günther, nein. Wir diskutieren das heute auch gar nicht. Wir gehen da gar nicht drauf ein. Ich mache jetzt mein Pferd fertig, gehe runter in die Halle, setze mich drauf, reite Schritt und ich reite. Und entweder du kommst mit und du benimmst dich oder du gehst. Einfacher gesagt als getan. Ich bin natürlich immer noch mit diesem mulmigen Gefühl und mit diesen ganz schlechten Stimmungen und alles aufgestiegen. Aber ja, der meiste, der mir geholfen hat, war mein Kiwi wirklich. Oh, ich könnte schon wieder heulen. Dieses Pferd ist, oh Gott. Es tut mir leid, aber irgendwie sind das gerade nicht die Emotionen, die alle nochmal hochkommen. Tatsächlich hat er mir das Reiten neu beigebracht. Er hat mir halt einfach gezeigt, dass ich ihm vertrauen kann. Und ja. Tatsächlich wurde ich oft in dem Zusammenhang auch gefragt, warum ich dieses Pferd nicht einfach verkaufe. Also nicht von den Leuten am Stall, sondern die es von außen stehen, betrachten halt Social Media und sowas. Wenn ich doch merke, dass das nicht funktioniert oder sowas. Aber es lag ja nie an dem Pferd. Es lag ja immer an mir. Immer war ich einfach das Problem. Gut. Ach, weiter im Text irgendwie, oder? Tut mir echt leid. Ich weiß jetzt echt nicht, warum das jetzt passiert ist. Ein Beispiel. Fangen wir einfach mit einem einfachen Beispiel an. Schritt reiten am Anfang. Q geht 20 Minuten Schritt. Immer. Und er hasst es wie die Pest, wenn man den Zügel aufnimmt. Also er mag es einfach nicht. Er ist dann, du merkst es ihm einfach an. Er wird dann, hm, nee, lass doch den Zügel langen. Ich will entspannt Schritt gehen und, und, und. Und das war aber, wenn man halt Angst hat auf dem Pferd irgendwo oder das Gefühl hat, man muss die Kontrolle bewahren. Ist natürlich langer Zügel sehr schlecht, weil du jetzt das Gefühl hast, du hast keine Kontrolle mehr. Und ich habe aber einfach immer gemerkt, er mag es doch einfach nicht. Und dann habe ich halt einfach mich selbst gezwungen, zum Beispiel, den Zügel lang zu lassen. Also ich habe jetzt nicht hier mit allen Händen nicht so geritten, sondern ich hatte halt einfach meine Hände an der Schnalle oben. Und tatsächlich war es halt auch so, wenn ich irgendwo ein Geräusch gehört habe, dass ich relativ schnell immer den Zügel nachgefasst habe. Und er sich dachte, ernsthaft. Und ich so, okay, ja, ich weiß. Und es war tatsächlich, war auch irgendwann eine Situation, wo ich am Tor unten bei uns in der Halle vorbeigeritten bin. Und es war Richtung Winter schon. Es war echt übel Wetter und es hat einfach draußen einmal an der Tür gescheppert durch den Wind oder sowas. Und ich habe mich so erschrocken davor. Also einfach, weil ich mich durch dieses Geräusch wirklich erschrocken habe. Weil ich bin halt direkt auch da lang geritten. Habe innerlich gezuckt und habe einfach so den Zügel mit links hoch und habe so an den Zügel rein. Und du hast gemerkt, dass der Q sich erschrocken hat von meiner Reaktion. Einfach kurz. Der hat so wirklich, einmal hast du gemerkt, wie er so... Und dann so, ach Mann, erschreck mich doch nicht so, Mutter. Entspann dich. Passiert nichts. Und dann tickelte er so weiter. Und ich so, ach ja, okay. Und es war halt Step by Step, ne? Also das ist nichts, was von heute auf morgen gegangen ist. Aber ich habe einfach für mich mehr noch versucht, in mein Pferd reinzuhören und ihm die Chance zu geben, mir zu zeigen, dass ich ihm einfach vertrauen kann. Ja, und auf einmal hatte ich auf einmal gute Gefühle beim Reiten. Ich fühlte mich wohl im Sattel. Und je mehr ich ihm natürlich vertraut habe und gesagt habe, du pass auf mich auf, dass mir nichts passiert, umso, in Anführungszeichen, schneller ging das voran. Mein Zopf verabschiedet sich. Bisschen doof. Aber ich kann mit der Hand hier immer noch nicht, ich darf noch nicht voll belasten und ich kann keinen richtig festen Zopf ziehen. Deshalb rutscht der weg. Ach ja, so ist mein Leben momentan, ey. Wenn es rutscht, wieder gerade richten. Ja, und dann gab es halt immer mehr Unterrichtstage, wo ich halt echt gemerkt habe, wow, ich komme auf einmal zum Sitzen. Ich komme zum Loslassen. Mein Körper entspannt sich endlich. Ich kann mein Bein strecken. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe das Pferd vor mir. Ich sitze nicht auf dem Pferd, ich sitze im Pferd. Und Q hat es mir natürlich echt da gedankt. Das ist natürlich in dem Moment, wo ich angefangen habe, loszulassen, wurde er auch immer entspannter. Also, er war ja nie unentspannt, aber halt dieses Kopfschlagen und sowas, was ich ja provoziert habe, das war natürlich dann immer weniger geworden. Und je mehr ich natürlich auch mal im Pferd gesessen habe und mich nicht voller angstmäßig auf die Oberschenkel geschmissen habe, wenn er den Kopf hochgezogen hat und überhaupt keine Kontrolle mehr hatte, je mehr ich natürlich dann auch mal einfach sitzen geblieben bin, umso schneller war diese Situation, wenn sie denn noch kam. Weil die kam natürlich noch mal, das ist jetzt nicht so, dass es gewesen ist, so hutsch, alles vorbei, buschi. Nein, ja, weil ich hatte immer noch Situationen, wo ich mich mal festhalte mit der Hand. Das habe ich heute noch. Ja, er ist halt einfach sehr sensibel einfach, was auch das Reiten angeht, was das Maul angeht. Und mir fehlte da halt einfach absolut auch das Gefühl für ihn. Und ich bin jetzt heute, fast Ende Mai 2021, so, dass ich sage, ich fange an, es jetzt zu fühlen, zu verstehen. Ja, und da sind noch mal fünf Monate ins Land gegangen. Denn ich zeige euch jetzt noch ein Video, einmal noch mal eine Sequenz vom September, wie der Galopp ausgesehen hat. Ein, zwei Sequenzen. Und dann zeige ich euch, wie der Galopp im Dezember ausgesehen hat. Ja, und als ich dieses Video gesehen hatte, daheim, habe ich gedacht, es geht. Es geht. Wuhu. Ich bin noch nicht zu dumm zum Reiten. Ja, ich muss einfach mehr Selbstbewusstsein auch entwickeln. Ich muss mir selbst mal zutrauen, wieder zu reiten und selbst mal wieder zu sagen, ey, Chrissy, das war gut. Ja, das war ein Schritt in die richtige Richtung und wir kommen hier voran. Und wenn ihr wüsstet, was in den letzten zwei, drei Monaten noch alles passiert ist. Ja, aber ich denke, das war jetzt echt schon, oh, crazy shit too much eigentlich fast schon. Es war viel zu lang. Und wir machen jetzt hier im Dezember, am 31. Dezember 2020 einen Cut und beenden dieses Jahr, was für mich emotional, ich glaube, in meiner Reitergeschichte das größte, die größte Herausforderung jemals irgendwie war. Ja, was ich nie gedacht hätte, was ich so mal durchleben werde. Und einfach mit einem Pferd an meiner Seite, der mir so viel beigebracht hat, so viel über mich, selbst über meine eigene Reiterei, dem ich so dankbar bin einfach immer, dass er trotzdem so die Geduld auch besonders mit mir hat und nicht gesagt hat, irgendwann mal, Mutter, jetzt reicht's, ich pack's nicht mehr, ich steig aus. Der immer nur sich gedacht hat, Alter, okay, wir kriegen's im Griff, bitte hör doch einfach auf mich, hör mir doch auch mal zu. Und dann kriegen wir das hin. Und ja, emotionale Reise. Und ich würde wirklich sagen, hier machen wir dann ein Cut. Und im nächsten Update erzähle ich euch dann im Prinzip, was in den ersten fünf Monaten passiert ist, wie weit wir jetzt sind. Ich zeige euch ganz aktuelle Bilder von meinem großen, ja, groß ist er. Mittlerweile 1,75, möchte ich sagen. Und jetzt ist er die Woche offiziell sechs Jahre geworden. Wahnsinn, wie sich die Zeit rennt. Und Wahnsinn, auch da wieder, wie ein junges Pferd einem auch nochmal zeigen kann, wie es Reiten richtig geht. Also, in dem Sinne, es war vielleicht alles ein bisschen confused. Und ich habe mir echt überlegt, wie ich dieses Video richtig aufbaue und wie ich das mache. Und ihr merkt, es war einfach teilweise durcheinander. Aber da kann ich kein Konzept für entwickeln. Weil hier geht es nicht um irgendeine Geschichte, die ich runterratte, sondern hier geht es um meine Gefühle, meine Emotionen. Und wie ihr gesehen habt, die kann ich nicht steuern. Das passiert dann einfach so. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.